Die Schlussrunde betrifft jetzt Führungskräfte, Top-Führungskräfte, auch wieder drei aus dem Brain & Soul Network, die heute Abend über ihre Betriebsgeheimnisse des Erfolges sprechen. Ich möchte beginnen mit einer Frau, sie ist die einzige Niederlassungsleiterin einer Mini-Niederlassung in Deutschland. Sie ist sozusagen ein Role Model für Erfolg im Frauen als Frau und sie war auch die erste Außendienstlerin und insofern ist sie eine echte Pionierin. Das Tollste ist auch, dass sie eine echte Bayerin ist und auch wirklich bayerisch spricht, wie ja kaum noch jemand in München. Sie ist eine Kämpfernatur, die nie aufgibt und vor allem an ihren Werten hängt. Echte, traditionelle, bayerische, deutsche Werte, Tugenden und sie arbeitet in einem ingenieurgesteuerten, getriebenen Unternehmen, ist ganz klar BMW, aber sie sagt, der Mensch ist das Wichtigste. Bitte begrüßen Sie mit mir Michaela Portner, Leiterin Niederlassung München. Unser nächster Gast ist Johannes Sieferlinger. Er ist Chef von Rituals. Das kennen Sie wahrscheinlich alle, diese wunderbaren Duftkerzen und Produkte, die man im Bad benutzen kann. Und dahinter steckt eine unglaublich spannende Idee, nämlich aus den alltäglichen Ritualen, aus den alltäglichen Aktivitäten echte Rituale zu machen. Er sagt, ich bin zutiefst davon überzeugt, dass wir unsere täglichen Rituale oder Routinen in bedeutsame Momente verwandeln können, wenn wir ihnen Details und uns selbst etwas mehr Aufmerksamkeit schenken. Er hat auch ein anderes Motto, was ich sehr stark finde, gehe niemals, niemals einen Schritt zurück, niemals, außer um Anlauf zu nehmen. Er hat 26 Jahre Management-Erfahrung und insofern kennt er viele Unternehmen wie Nike, Fossil, Levi's, Oakley, Bogner, Indigo und so weiter. Und ich glaube, ein wesentlicher Punkt für seinen Erfolg als Führungskraft ist seine ehemalige Karriere als Bundesliga-Hockeyspieler. Insofern hat er viel mit Carlo zu tun. Er ist begeisterter Bergsportler zu jeder Saison, also nicht nur, wenn es schön ist. Und er ist heute hier und wird ein bisschen berichten, wie er an die, glaube ich, tausend meistens Frauen leitet und dazu bringt, dass sie so wunderbar in diesen Geschäften agieren. Bitte begrüßen Sie mit mir Johannes Sieferlinger von Rituals. Du musst mal kurz deine Socken zeigen. Ist das auch ein Ritual? Kannst du mal ganz kurz hochhalten? Oh mein Gott, das ist von meiner Frau natürlich. Ja, das sind ganz wunderbare Strümpfe. So, wir kommen nun zu unserem Gastgeber, möchte ich schon fast sagen. Hausherren ist er auf jeden Fall hier. Er führt an die 500 Menschen in zwei Hotels, nämlich dem wichtigsten Hotel der Kempinski-Gruppe, nämlich das einzige eigene Hotel, das Hotel Vier Jahreszeiten und das Kempinski Berchtes Garten. Er war dreimal Hotel jedes Jahres, von Fachgremien gekürt und vom Topmanagement von Kempinski zum besten Führungskraft und Profitabilitätssteigerungs-Boss aller Zeiten gekürt. Interessant ist, der ist natürlich jetzt nicht gleich als Topmanager gestartet, sondern er hat seine Lehre als Koch erst mal gemacht und hat so seine Hotelkarriere gestartet. Und wer ihn kennt, weiß, dass sein Motto, was er hat, kein Spruch ist. Er sagt, happy people are making people happy. Bitte begrüßen Sie mit mir Axel Ludwig. Michaela, es liegt nahe zu fragen, wie du es eigentlich als Frau in so einem männlich dominierten Ingenieurunternehmen geschafft hast, tatsächlich eine Niederlassungsleiterin zu werden. Und immerhin ist es die größte Niederlassung der Welt von Mini. Und ja, du hast ja auch noch eine Tochter und es ist ja jetzt nicht so, dass du nur immer arbeitest. Also wie hast du das eigentlich hingekriegt? Ja, ich bin ein Mensch. Ich habe Benzin im Blut mit viel Leidenschaft und immer Herz am Menschen. Und als kleines Kind war für mich schon immer die Vision, ich möchte zu BMW. Das war so das Ziel. Meine Eltern immer, was willst du machen? Ja, ich will zu BMW. Ja, was willst du machen? Ich will zu BMW. Vorstellung hatte ich keine. Und als ich dann mit der Schule fertig war, bin ich dann voll motiviert zu dem Einstellungstest zu BMW gegangen. Ich bin ein 67er Jahr gegangen. Die Idee hatten natürlich mehrere Leute. Und ich habe es nicht geschafft. So, jetzt stand ich da. Studieren wollte ich nicht. Was mache ich denn jetzt? Meine Eltern haben gesagt, du, du musst einen Ausbildungsberuf erlernen, weil so umeinandersandeln, das gibt es bei uns in der Familie nicht. Also stell dir jetzt irgendwas vor. Und dann war ein Anwalt bei uns im Bekanntenkreis, der gesagt hat, du bist echt interessant. Wie wäre es denn, dass du Anwaltsgehilfe machst? Keine Ahnung, was eine Anwaltsgehilfe macht. Ich bin froh motiviert. Ja, ja, mach das. Ich habe dann eine Ausbildung als Anwaltsgehilfe begonnen. Das hat mir richtig Spaß gemacht. Also ich war in einer Anwaltskanzlei. Wir haben damals den Franz Josef Strauß vertreten, also tolle Projekte gemacht. Ich habe mit meinen jungen Jahren immer schon gerne gearbeitet. Und ich habe immer das Ziel gehabt, ich will zu BMW. So, in der Schule Gas gegeben. Dann dementsprechend immer eine Ausbildung nach der anderen gemacht. Weil ich wusste, ich muss anders sein wie alle anderen, damit ich zu BMW kann. War dir schon bewusst, dass du als Frau auch noch besser sein musst? Oder hast du das, das war dir nicht so klar? Das war mir, das Thema Frau war für mich gar nicht wichtig. Ich wusste, ich muss durch Leistung überzeugen. Habe dann auch meine Ausbildung sehr gut abgeschlossen. War dann mit 20 Bürovorsteherin. Da dachte ich, jetzt habe ich im Lebenslauf alles erreicht. Ich bewirbe mich jetzt bei BMW. Habe mir dann natürlich überlegt, was ziehst du denn da an? Und was machst du denn alles? So ganz speziell für das Bewerbungsfoto. Habe mich dann beworben. Und siehe dann, die Bewerbung war draußen. 14 Tage später hatte ich das Bewerbungsgespräch. Und ich werde heute, ich werde es nie vergessen, ich bin so ehrfürchtig in den Vierzylinder rein. Dachte, heute schaffst du es. Und ich habe es geschafft. Und jetzt bin ich mittlerweile seit 30 Jahren bei BMW. Wow. Wer hat dir denn mit BMW eingebrannt? Tja, das liegt in der Familie. Ich glaube, das war der Großvater. Ja, das war der Großvater. Und auch mein Vater, das erste Auto war ein BMW, ein 508er. Und wir sind mit BMW aufgewachsen. Frue Prägung. Und meine Tochter ist heute schon genauso. Wo ist jetzt nochmal das Tattoo von BMW, was er dir da hat? Das wird nicht gezeigt. Okay, gut. Axel. Ich denke mir das einfach so. Axel, ich weiß, dass du nicht mit goldenen Löffeln im Grand Hotel aufgewachsen bist. Du hast es aber trotzdem geschafft, zu einem der Top-Hoteliers, auf jeden Fall weiß ich jetzt, in Deutschland zu sein, zu werden. Wie kamst du dahin, dass du jetzt hier Chef von zwei großen Top-Hotels bist? Ja, das ist eine interessante Frage und eine lange Geschichte. Ich bin ja eher beim Carlo. Ich habe es, glaube ich, auch in meinem Leben als so einen Moment gegeben, wo ich gesagt habe, ich muss da weg. Ich muss da was verändern, um da rauszukommen. Das war dieser prägende Moment, dieses Ereignis, was passiert, wo du sagst, so geht es nicht weiter. Und das liegt bei mir in der Kindheit verborgen, sage ich jetzt mal. Ich bin jetzt, wie du schon sagst, nicht mit goldenen Löffeln aufgewachsen. Ich bin jahrelang in den Kinderheimen, habe ich gewohnt. Nicht, weil ich selber ein Waisenkind bin. Im Kinderheim. Kinderheim, Waisenheim. Nicht, weil ich selber ein Waiser bin, aber meine Eltern, mein Vater ist Heimleiter gewesen. Und wir haben halt immer in den Kinderheimen gelebt und haben das ganze Schicksal miterlebt. Den armen Kindern, das Schicksal, was die armen Kinder hatten und wie sie das erleben mussten. Auch diese Verteidigung der Positionierung in der Gesellschaft, in der Schule damals, wie schwer die Heimkinder es hatten. Und was aus einem Ende aus dem geworden ist. Und ich war immer so ein bisschen dazwischen. Ich war auf der einen Seite der Sohn vom Heimleiter und also nie einer von den Heimkindern. Ich habe aber mit den Heimkindern gespielt zu Hause. Und auf der Schule war ich immer ein Heimkind für die anderen Schulkinder. Und ich war irgendwie nie so richtig anerkannt. Und ich glaube, das hat so sehr stark an meinem Selbstwertgefühl genagt. Und ich habe gedacht, nach irgendwann, als ich 16 war, auch ähnlich wie der Carlo, jetzt musst du irgendwas ändern und jetzt musst du raus aus der Kiste. Und jetzt musst du was aus deinem Leben machen und Karriere machen. Ich wusste damals, dass ich hotelier werde, aber ich wusste, ich will was erreichen. Und so hat das Ganze eigentlich angefangen. Wann hast du deine Kochlehre gemacht? Weil du der größte Koch werden wolltest? Ja, ich wollte dann erstmal eine Lehre haben. Ich war ja nicht so der selbstsicherste Mensch da auf dem Planeten. Das heißt, du warst damals auch stüchtern? Ja, ich war schüchtern. Du warst doch sicher auch schon mit der Kerner, Mann. Gestorrt habe ich jetzt nicht. Aber ja, ich hätte mich gut mit Carlo verstanden, wahrscheinlich früher. Also eher zurückhaltend. Eher zurückhaltend. Und dann habe ich auch mal erstmal so in einer kleinen Schnitzelbude angefangen. Und dann habe ich dann gemerkt, dass die anderen auf der Berufsschule viel besser kochen können als ich, weil die in den großen Hotels gelernt haben. Und dann habe ich dann die Lehre abgebrochen, bin zu den großen Hotels gegangen, habe dann unter anderem auf den Petersberg gekocht. Habe mich in meinen vier Jahreszeiten als Koch beworben. Oder war abgelehnt. Und dann habe ich mir gedacht, boah, das muss ich jetzt ändern. Den Personalleiter, der mich da abgelehnt hat, den schmeiße ich irgendwann mal raus. Und hast du ihn rausgeschmissen mittlerweile? Nein, der war nicht mehr da. Hat das Talent nicht erkannt? Der war nicht mehr da. Kam es nicht mehr dazu? Okay, das ist natürlich schon klar, dass du natürlich dann nach oben wolltest und raus wolltest. Johannes, hast du auch so ein Schlüsselerlebnis gehabt oder bist du geprägt von deiner Bundesliga-Hockey-Karriere, dass du diese Karriere eingeschlagen hast und jetzt diese große Verantwortung mit Menschen hast? Menschen, richtig. Zwei Korrekturen. Also ich bin nicht der Chef, ich bin einer. Denn, und das ist vielleicht auch ein wichtiger Punkt, ich finde, es ist auch wert, wenn du für großartige Chefs arbeiten darfst. Die großartige Chefin ist auch heute da. Ich darf verantwortlich sein für den schönen Bereich Retail. Und es sind unsere vielen schönen, tollen Geschäfte mit den tollen Mitarbeitern. Schlüsselerlebnis, ja, das ist natürlich der Sport, auch ein bisschen Danke auf den Putz gehauen. Ja, Bundesliga in München. Sport, ich meine, das ist es einfach. Aufstehen, quälen, nochmal Anlauf nehmen, durchsetzen, gewinnen, aber halt eben nicht allein. Da gehören noch ein paar mehr dazu. Und dieses Prinzip des Gemeinsamen im Sport, auch der Wasserträger ist echt ziemlich wichtig, wenn er nicht da ist, haben wir Durst, zieht sich eigentlich durch jedes Unternehmen. Und das heißt diese enorme Aufmerksamkeit, Wertschätzung eines jeden Menschen. Wenn wir eine Aushilfe einstellen, dann tue ich das auch aus Leidenschaft gern. Denn am Ende des Tages ist es keine Aushilfe, sondern in dem Moment, wenn sie zu unseren tollen Menschen, nämlich Kunden, Vortritt, das Gesicht, das Sprachrohr und das Ohr der Firma, Punkt. Also ist jeder wichtig und das spielt sich doch alles durch. Also den Menschen als Gast in einem Geschäft, im Hotel, wo auch immer. Oder vor allen Dingen eben den Menschen um einen herum. Und da zählt jeder. Und das habe ich im Sport gelernt, weil du brauchst jeden, um zu gewinnen. Und Gänsehaut. Und ich habe mir überlegt, was treibt dich an. Ich weiß nicht, wann ihr das letzte Mal Gänsehaut hattet. Nicht vom Streicheln, sondern von dem Gefühl. Und dieses Gefühl, dieses Hoheitsgefühl, das ist echt toll. Und wenn du das in einem Gespräch mit einem Mitarbeiter oder mit einem Kunden hast, dann hast du Erfolg. Dankeschön. Dankeschön. Du hast dein Motto, Axel, happy people are making happy people. Aber du bist ja vielleicht auch nicht immer gut drauf und die Mitarbeiter sind erst recht nicht gut drauf. Wie schaffst du das, dass du doch dich selbst auch immer in diese happy Stimmung bringst? Wenn das dein Motto ist, dann willst du das ja auch und bist du ja auch. Und wie schaffst du es dann, dass deine Mitarbeiter, die mal einen Stress hatten oder es sehr schwer haben, dann auch irgendwie happy sind? Also funktioniert dieses Motto? Ist das oder ist das mehr so ein theoretisches? Nee, das funktioniert. Ich weiß nicht, wir müssen die Mitarbeiter fragen. Da hinten steht der Aschraff. Ich glaube, das funktioniert, weil ich selber, ich sage, wir sind im happy, make happy business. Wir verkaufen keine Schnitzel, keine Zimmer, wir verkaufen keine Weinflaschen. Machen wir auch, aber das gehört zu einem großen Erlebnis dazu. Das hoffentlich zur Gänsehaut führt, wie du das so schön gesagt hast. Um das zu erreichen, musst du natürlich klar Energie spenden. Und ich sehe mich da immer als größter Energiespender und versuche den Leuten einfach zu ermöglichen, dass sie mit leuchtenden Augen dieses Erlebnis schaffen können, weil es ist ja alles im People-Business bei uns. Und wenn ein Mitarbeiter echt dieses Leuchten hat und diese Kraft ausstrahlt, diese Energie überträgt an den Gast, ist dieser Gast begeistert und hat eine gewisse emotionale Bindung. Das erfüllt mich auch wieder, weil das ist dann für mich das Erfolgserlebnis, weil so bin ich geprägt. Für mich ist es die Leidenschaft, die mich jeden Tag wieder aufs Neue begeistert, die Ziele, die man sich vorstellen muss. Ohne die Vorstellungskraft geht es nicht. Und dann muss man sich auch, das betrifft jeden, wenn du erfolgreich sein willst und wenn du ein Ziel erreichen willst, musst du es dir vorstellen können und das auch übertragen können. Und die Kraft kommt von dieser Vorstellung, aber natürlich auch über Sport, über Natur, über Freunde, über Freundinnen, über Familie und was dazugehört. Und klar, es gibt auch Tage, die sind nicht so einfach, aber die haben wir alle und das muss man irgendwann abhaken. Okay, wie ist es bei euch? Ich glaube, die Autoindustrie ist ja momentan auch in einer Umbruchssituation. Tesla greift euch an. Überhaupt ist die Frage, ob in 20 Jahren noch jeder ein eigenes Auto haben will. Ihr habt sicher auch Stückzahlen, Ziele. Wie schaffst du das, dass du selbst in Balance bleibst und erst recht deine Mitarbeiter? Wie ist da deine Methodik? Also meine wichtigste Methode ist natürlich motivierte Mitarbeiter. Ich alleine kann nichts erreichen, sondern nur mit meinem Team. Und ich muss es schaffen, dass ich das Team hinter unsere Ziele bringe und dass die jeden Tag motiviert in die Arbeit kommen und sage, ich gebe heute alles. Ich gebe heute alles für den Kunden. Wir haben tolle Produkte, wir haben emotionale Produkte und mir macht es richtig Spaß an der Arbeit. Das gelingt einmal mehr, das gelingt einmal weniger. Die Mitarbeiter wissen auch, meine Tür ist ständig offen, wenn ich nicht gerade in der Besprechung bin. Meistens, wenn ich in der Besprechung bin, sind dann schon drei Verkäufer draußen und sagen, Frau Partner, wir brauchen Sie jetzt ganz dringend. Aber ich versuche mir immer für die Mitarbeiter Zeit zu nehmen und auch immer ein offenes Wort zu haben. Sei es jetzt von einem Service-Mitarbeiter in der Werkstatt, wenn irgendwas schiefgelaufen ist. Die kommen rauf, sagen wir, trinken wir miteinander einen Kaffee oder ich bin eine brasilianische Limettenteeverfechterin. Da ist jetzt schon die ganze Werkstatt immer, wo sie sagen, wir trinken keinen Tee mit ihnen. Aber das ist so diese persönliche Note, wo ich ganz nah an den Mitarbeitern dran bin, wo sich auch der Mitarbeiter öffnet. Und das ist ein Erfolg von unserem Unternehmen. Das ist die Leidenschaft und auch die Motivation der Mitarbeiter eben für dieses Unternehmen fast alles zu tun. Das traue ich dir zu, dass du das entfachen kannst, so wie du immer strahlst. Johannes, wie machst du das denn eigentlich mit diesen vielen Frauen im Retail, die sicher auch sehr emotional sind und dann kommen Kunden und Stress und hin und her. Was ist dein Geheimnis? Das Retuals ist ja unglaublich erfolgreich. Das ist ja ein Aufstiegsondergleichen. Und das hat ja vor allem auch mit dem Point of Sales zu tun, dass es da eben auch funktioniert, natürlich mit diesen wunderbaren Produkten. Aber scheinbar habt ihr auch das richtige Händchen für die richtigen Menschen, wenn man da drin ist. Also von der Auswahl bis hin, was ist da euer Geheimnis? Such nicht die Besten, sondern die Richtigen einfach. Moment. Nicht die Besten, sondern die Richtigen. Kannst du das mal erläutern? Was ist da der Unterschied? Also ganz ehrlich gesagt, also in den letzten drei Monaten haben wir 21 Geschäfte aufgesperrt. Also manchmal reicht auch schon ein Geschäft. Und da musst du Leute für finden. Und die Herausforderung ist, und das habe ich vorher auch gemeint, Chef, es gibt ja viele bei uns, die Verantwortung haben. Aber wir sind nicht so hierarchisch aufgestellt, sehr, sehr gleichgestellt. Man kann immer mit uns reden. Nummer eins ist einfach den richtigen Finden. Und das ist ein Gefühl, das hast oder hast nicht. Jetzt, wenn aber der eine den anderen anstellt und den anderen, dann zieht Gleiches Gleiches an. Und das ist bei uns einfach so. Da ist mir relativ viel egal. Ich habe mir schon lang, Chefin ist da, kein Zeugnis mehr angeschaut beim Bewerbungsgespräch oder Unterlagen. Das ist der Mensch. Der steht im Mittelpunkt, weil er muss Menschen begeistern. Er muss rüberkommen. Und es muss ein Gleichnis da sein. Viele Unternehmen überlegen sich ein Mission Statement, geiles Wort, komplizierte Sätze, das keiner versteht, auswendig sowieso nicht. Weißt du es nicht, spürst. Oft hängt was an der Philosophie und die muss einfach sein. Und wir glauben an die kleinen Dinge des Lebens, dass sie Glück bedeuten. Und wenn es mal richtig schönes Händewaschen ist. Okay. Aber, und da liegt sehr viel nah, dass unsere vielen tollen Mitarbeiterinnen, jetzt hast du natürlich das Thema Frau angesprochen. Ich könnte dich fragen, du arbeitest mit vielen Männern zusammen. Naja, ein bisschen Frau muss auch sein. Um es zu verstehen, auch du musst ein bisschen Mann sein, richtig, aber ich liebe einfach Menschen und da ist es mir relativ egal, wer das ist. Und das Nächste ist, dass es eben dieses bestimmte Gefühl ist, eben mit diesen Menschen auch richtig zu reden, egal auf welcher Ebene. Zeit ist noch das Letzte, was ich sagen will. Wenn, dann machst du das gescheit und Zeit ist echt ziemlich wichtig und dieses, das hat man jetzt viel oft gehört, wenn dann halt richtig und ich bin auch Münchner, möchte ich auch mal sagen, spreche auch bayerisch und, also wenn halt dann einfach richtig, ansonsten haben wir doch Zeit auch für andere Dinge, die wichtig sind. Familie, tolle Frau, Kunden kompliziert, würde ich noch sagen, ist ganz wichtig. Und wie lädst du dich auf, wenn du doch mal ein bisschen viel gearbeitet hast, da gehst du Bergsteigen, wenn ich das gescheitere. Naja, ist auch echt, Bergsteigen hört sich hart an, also schön wandern, Wein muss auch auf dem Weg sein oder auch ein Bier, aber das ist wichtig, natürlich gehst du raus, du gehst auch mal laufen, auch wenn du nicht mehr so lang laufen kannst, also so einfach auch kleine Dinge, einfach mal vielleicht was Lustiges hören oder lesen, Freunde, natürlich, all diese, oft sind es gar nicht so große Dinge, jetzt muss ich eine große Reise machen, es reicht auch mal kurz an der Isar zu sitzen. Okay. Du hast mir mal gesagt, dein absolutes Unwort ist Mahl. Mahl und Hett. Was ist mit dem Mahl? Warum magst du das nicht? Das ist echt cool, wenn du mal sagst, du triffst geile Leute und hast einen tollen Abend, und sagst, lass uns mal was machen, vergiss es. Mach es gleich, mach was aus und es ist toll, weil wenn du das Gefühl hast, dann nimm das wahr und das zweitschlimmste Wort ist Hett, also das gilt es zu vermeiden, das sollte man eigentlich, wenn es geht, nicht sagen und wenn man das zusammen auch mit dem Team so lebt, dann macht man es halt einfach und es macht auch Spaß und da gehören halt viele, viele dazu, nämlich jeder Einzelne. Jetzt verstehe ich, warum das bei euch so läuft. Naja und es macht halt auch echt richtig viel Spaß. Also Menschen zu verwöhnen, ich habe bei tollen emotionalen Unternehmen arbeiten dürfen und dann sagen, echt Kunden zu uns, sie lieben Rituals oder sie lieben das Produkt, es ist echt cool. Am Ende verkaufen wir aber kein Produkt, sondern echt Geschichten. Okay, macht auch Spaß. Das ist ja wunderbar. Das ist ja bei euch ähnlich. Ihr verkauft ja letztendlich auch ein Lebensgefühl und ein Auto gibt es dann dazu, sozusagen. Und wie lädst du dich auf, also wenn es dann doch ein bisschen heftig war? Ja, es ist jeden Tag eine neue Herausforderung, aber ich bin ein sehr sportlicher Typ, also ich habe seit einem Dreivierteljahr das Powerjumping entdeckt und das ist ganz cool. Da kann man sich am Abend so richtig gut abreagieren und man hat den Kopf frei. Das ist so ein kleines Trampolin. Das ist so ein kleines Trampolin und da hopft man mit 130 Beats und das ist richtig toll. Eine Freundin, die heute da ist, die hat mich dazu gebracht, die sagt, du Michaela, du musst jetzt unbedingt nochmal eine Alternative zum Job finden und das ist stark. Und ich kriege da auch immer ganz neue Ideen. Also mir läuft immer so der Tag durch, was haben mir meine Mitarbeiter gesagt, was könnte man ändern, wo sollte man vielleicht nochmal was umstellen und das ist echt gut. Ich kann es jedem nur empfehlen, Powerjumping zu machen. Man kriegt den Kopf frei und jetzt bin ich natürlich schon ganz heiß auf Skifahren. Also wir haben eine tolle Skigruppe im Freundeskreis und da wird schon genau getaktet, wann geht es jetzt los und wer hat welchen Ski und da wird auch alles analysiert. Also das macht richtig Spaß. Also ich bin auch gerne in der Natur und eine typische Frau, wenn man mal sagt, ganz ein schrecklicher Tag, es gibt es halt immer ein paar Schuhe, da macht man dann auch nichts verkehrt. Ich weiß. Da gibt es auch dieses schöne Video von dem kleinen Film, die sagt, ich muss jetzt Schuhe kaufen, das ist gut für Halsschmerzen. Ja, genau. Ich weiß das. Axel, was sind so deine großen Herausforderungen jetzt in nächster Zeit? Wie du, Carlo, richtig gesagt hast, du schaust aus, als ob du gerade erst anfängst, dabei bist du jetzt schon so weit oben. Bleibt es jetzt die nächsten 20 Jahre so, dass du im Kempinski bleibst oder was sind dir deine kurz- und langfristigen Ziele? Selbst ein Hotel aufmachen oder was hast du vor? Ne, ich bin definitiv Hotelier. Ich habe hier im Haus einiges vor. Wir haben es gesehen, alle draußen, es ist eine riesen Renovierung gerade in der Lobby. Da haben wir schon Regen in der Lobby permanent. Wir regnen jetzt da rein und wir haben gedacht, wir machen endlich mal das Ding dicht. Das ist natürlich jetzt mit Aufwand verbunden. Danach werden die Zimmer renoviert weiter. Wir wollen das Hotel weiter in die Spitze bringen von Europa. Das ist einfach unser Ziel, unsere Vision. Das ist aufregend, das ist spannend. Und was dann passiert, ich hoffe, mir passiert das nicht, was im Kalu passiert ist. Vielleicht ist es aber auch gut, dass man mal das Ziel erreicht und nicht mehr weiß, was dann. Ja, das kann natürlich auch sein. Man muss halt mit allen Dingen rechnen und mal gucken, was dann passiert. Das ist bestimmt spannend. Hast du eine Vision für in 20 Jahren? Älter werden, gesund bleiben, Spaß haben, Freiheit und einfach nur das Leben genießen. Und jetzt an Silvester mal so richtig wieder am Ball es krachen lassen, denn es ist eins der geilsten Silvester-Partys in München. Da werdet ihr jetzt wohl alle drauf hin fiebern, oder? Ja, das ist ein Abschluss eines sehr, sehr schlechten Jahres für uns. wie du es gerade gesagt hast, Rekordergebnisse. Ja, bis auf dieses Jahr. Zu viel Unruhen, zu viel Terror. Wir haben leider sehr gelitten. Sie haben das alles verfolgt, der Amoklauf und die ganzen furchtbaren Dinge, die hier passieren. Und wir sagen jetzt, am Ende des Jahres haben wir so ein richtiges Fest gefeiert und vergessen wir das Ganze mal und jetzt geht es dann auf ein neues Jahr und es wird dann besser. Vielen Dank. Vielen Dank. Dankeschön. Dankeschön.